Unsere Schule macht aus, dass wir Vielfalt leben und das spiegelt sich in vielen verschiedenen Schulsituationen wieder. Das Wetter morgen wird heiter bis ulkig mit der Technik der Veranstaltungstechnik auseinandersetzen können. Wir haben hier unser Technikteam, das ist eine AG, die sich mit Veranstaltungstechnik auseinandersetzt, sei es jetzt im Bereich Lightshows lernt, wie man lernt die zu. Wir haben hier unser Technikteam, eine AG, in der die Schüler lernen, wie sie Veranstaltungstechnik eben umsetzen können. Das heißt, sie lernen im Tonstudio sich auszukennen, Aufnahmen zu machen. Sie lernen, wie sie Instrumente zum Beispiel mikrofonieren, so ein Schlagzeug oder ein Gesangschor. Unser Essen ist lecker, frisch und gesund. Wir freuen uns auf euch. und Mari- gesagt dafür was. Hat sieht ihre besondellen. Wie dasmen befassen, weil sie deutlich mehr Kinosera hindern. Wo die Helfer diese psicoder-